So Leute, damit eröffnen wir dieses Jahr die Polen-Boiler-Saison mit Pyrrho-Delay. Und da haben wir hier einmal die Achtung Totenkopf-Boerner von Kometa. Delay hat die ausgesucht. Wir waren auf so einem Billigmarkt in der Nähe von Tarnow-Opols. Ich wusste es nämlich schon. Die haben Reibkopf. Ich werde die nicht anzünden. Wir machen das natürlich auch in Sicherheitsentfernung. Hier steht nochmal alles Wichtige drauf. Klasse 2 Pipapo. Und dann sehen wir uns gleich bei der Zündung, Leute. So, jetzt kommt Delay. Jetzt wird geballert. Ach du Scheiße. Da habe ich mich erschrocken. Und den nächsten. Wir knallen ihn an. Leck mich am Arsch. Jetzt kriege ich schon wieder Schiss hier. Boah. Der hatte Druck. Boah. Die sind aber hässlich. So Leute. Den letzten legen wir mal hin. Bei dir kommt ganz viel Zeug mir entgegen gespritzt. Da. Da seht ihr den, Leute. Und jetzt begutachten wir mal den Baumstamm. Weil der war komplett so hinauf. Also der war richtig schul. Ich würde mal sagen. Gut auseinander gerissen. Das war der Startschuss. Und die nächsten Vergleiche kommen demnächst, Leute. Bis zum nächsten Mal.